So, herzlich willkommen zu Klicka Hero Folge 11 Lalalala, bisschen Musik Schade, ne Und dann geht's los Okay Einmal da Oh 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 so perfekt ja bei mir bin ich mittlerweile schon ein bisschen weiter ich habe mittlerweile schon die erste sensation hinter mir und bin wieder 1194 also hat sich einiges getan ich habe uns als im bett wäre ich schon weit überholt ich weiß gar nicht wie lange spiele ich hier auf der television überhaupt ja 18 stunden vergangene zeit seit dem ersten tippen 18 stunden 25 minuten das ging erstaunlich schnell aber gut ich habe auch gestern ab die ganze zeit filme geguckt und währenddessen halt die ganze zeit immer ab und zu mal geht so wir haben vier 18 an gold verdient das klingt nicht schlecht mal gucken was man sammelt hier so leisten können wow ok interessant ja zuallererst mal hier die upgrades wobei ne mal können wir uns hier von 10 levels leisten ja lol ey bumm gebronkt der ist natürlich heftig siehst du da brauchen wir nicht mal umfällige skills wobei doch brauchen wir gut dann lasse ich das erste mal sein und warte mal bis wir uns das abgültige leisten können 3 e 18 ok vielleicht auch nicht so ganz oh das kostet 6 e 17 können wir auch gleich schön boh alter ja das eideln jetzt über die nacht hat sich definitiv gelohnt wir rocken ganz schön gut ich habe auch wie gesagt auch ein paar haben natürlich mächtig gelevelt ja und habe diesmal tatsächlich auch zum glück keine upgrades aus versehen gekauft ja habe also wirklich nur armenhop gelevelt und auch natürlich hier diese fische oder was auch immer das sind hier angeklickt weswegen wir mittlerweile sogar schon 23 diamanten haben das ist schon ganz geil oh ja eine gold kiste die können wir jetzt kaputt gebrochen gut gebrauchen gut gebrauchen gut gebrauchen ich soll es vielleicht doch einfach was trinken ach egal ähm der ist viel teuer auf jeden fall bei 18 aber so müssen wir einfach mal hier bisschen wobei vielleicht vielleicht hatten wir es sogar so für nicht gehen ja dort kommt kommt das haut hin das haut hin absolut kein problem den schaffen wir locker allein das upgrade hier hat gerade alles komplett reingehauen der ist schon ganz geil genau so muss das laufen die schaffen wir ihn komplett ohne irgendwelche skills das heißt wir können heute wenn wir Glück haben bis zu drei Bosse einfach mal zerlegen ja komm hier und damit kommen wir ins astralgebiet sag ich jetzt mal also astral graben wobei das hier nicht aussieht wie ein graben aber gut ne vor allem dadurch dass wir jetzt level 81 sind oder höher gleich verdienen wir auch schneller wodurch ich mir das upgrade hier auch schneller leisten ja was ist was machst du eigentlich das gleiche oh oh ok das ist geil das erhält alle helden nicey dicey ja ja auch eher so lala weißt du was wir machen könnten dafür müssen wir jetzt genug Geld haben doch genau das bist du ähm er braucht äh brrrr goldes klicken genau level 100 er braucht Guts jo easy easy bam bam geil omato ne das brauchen wir ist jetzt nicht soo wichtig sag ich jetzt mal aber das hier ist schon ganz geil da kann man nämlich nochmal extra farmen ähm das ist äh ja das bringt praktisch pro klick äh die monster haben wir immer praktisch eine menge an gold die sie droppen und mit der funktion bekommen wir praktisch pro klick davon halt ein prozent schon vorher ausgezahlt ähm heißt also zusätzlich halt also das was man am ende bekommt wird dadurch nicht geschmälert sondern man kommt es halt zusätzlich einfach dazu ähm einzige ausnahme ist bosse da bekommt man nicht ein prozent zurück sondern nur 0,1 prozent weswegen ich das zum beispiel auch bei bossen nicht empfehle weil ich hab's nie genau nachgerechnet aber ich schätze mal dass man dadurch wenn ich jetzt so zum beispiel bei level 50 nicht weiterkomme ja level 50 ist der boss und jetzt könnte man sagen gut wenn man den boss bei level 50 nicht schafft dann kann man zumindest das hier benutzen um von ihm zumindest schon mal geld zu bekommen oder gold zu bekommen ähm wobei ich aber im gefühl habe dass wenn man auf level 50 nicht weiterkommt dass man diese funktion dann lieber eher auf level 49 einsetzen sollte ähm halt also immer vor dem boss und nicht direkt beim boss weil die monster vor den bossen bringen natürlich weniger gold aber dadurch dass man dafür auch 1 prozent statt von 1 prozent bekommen heißt also das zehnfache äh schätze ich mal dass man unterm strich trotzdem wesentlich mehr gold bekommt und wichtig äh wenn man wirklich am farmen ist dadurch dass das hier als zeitlimitiert ist und man pro klick bekommen sollte man natürlich in der zeit möglichst viel klicken das heißt also man kann das hier auch wunderbar mit der funktion kombinieren weil die funktion hat nichts mit der angriff stärke zu tun sondern es geht wirklich einfach nur um die anzahl an klicks die ausgeführt werden egal ob man den gegner schafft oder nicht schafft oder wie stark man ist oder wie stark man nicht ist oder ob man wie guckt ach was ist du eigentlich achso ja komm so mittlerweile brauchen wir bloß noch ein bisschen dann können wir uns dieses der dingster muss ja hier holen und alle helden schön schön äh achso ja hier komm äh alle helden schön pippen 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 pappen 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 papp weil wir haben ja einfach mal noch alle drei Skills übrig. Die Frage ist, ich würde für den nächsten Boss tatsächlich versuchen, erstmal nur die beiden Dings zu opfern, damit wir dann nämlich auch gleich noch den übernächsten Boss mitholen können, und zwar denn mit dem Ding. Weil die haben einfach mal Cooldown von gerade mal 10 Minuten. Das bietet sich also an, während wir hier halt wirklich immer eine halbe Stunde warten müssen. Deswegen würde ich das wirklich für halt noch ein bisschen aufheben. Weil so leicht, wie wir den Boss bei Level 80 jetzt geschafft haben, hoffe ich einfach mal, dass für den Boss bei Level 85 die bei dir ausreichen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Meine Stimme klingt wie die eines Bauchers. Ich hab keine Ahnung. Ich hab wohl da noch was trinken. Ein bisschen Kaffee. Kaffee zu. Kaffee zu. Kaffee zu an. Da kommt noch ein bisschen hier. Hör. Äh, ist halt wohl nicht. Äh, ist halt immer auch so alt. Dankeschön. Geht doch auch. Äh, ja, alle Helden. BAM! Das zerfickt einfach die Dynastie. O komm, fang mal, fang mal. Da kriegt jetzt mal was. Weitere schon, mit der B吉mar. So, ah, klingt schon, klingt schon besser. Ähm, ja komm, mach ihn ja. Ah, ein Fisch! Wir haben einen Fisch bekommen. So, vielleicht ist der nächste Boss da. Äh, das ist ganz geil. Bam. Ähm, ne, ich glaube, mal das abgehört bekommen wir nicht bis zum Boss. Wir müssen einfach mal gucken, wie weit sich der, also wie schnell der Boss dann runter geht. Danach entscheide ich dann on the fly, äh, ob ich fliege. Nein, ähm, ob wir alle drei Skills benutzen oder nur die ersten beiden. Ey, unsere Differenz nimmt ab. Wir haben mittlerweile bei Klickschaden weniger Differenz zum Schaden pro Sekunde als noch vor ne Weile, weil bisher lagen wir so immer beim, 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 bei einer, bei einer, naja, doch, doch, oder, doch. Eben, sonst immer lagen wir bei etwas über 50 und deshalb haben wir immer noch einen Faktor von etwas über 40. Also, haben wir gerade mal ein bisschen was wettgemacht mit der Zeit. Ich weiß gar nicht, wie liegt der hier bei mir. Na gut, bei meiner Tablet-Version habe ich auch immer noch einen Faktor von 30. Ich weiß gar nicht, was ist zu. Infané! So, noch ein Arsch und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir Level 84 auch durch und dann können wir uns jetzt wirklich gucken, wie stark denn der auf 85 wird. Okay. Gott, warum ist der nicht so viel stärker? Ja, also so viel zu dem, dass wir den Level 85 locker schaffen. Ich glaube, wir brauchen alleine für ihn schon alle drei Skills. Oh mein Gott. Ähm. Dir hochleveln bringt er so semi-was. Okay, bei ihm bringt es auch semi-was. Gut, dann sollte ich also mal warten, bis ich hier noch ein bisschen hochleveln kann. Deswegen werden wir die Daten hier holen können. Aber das kostet gleich mal das Zehnfache von dem, was wir haben. Wir dürfen also noch eine ganze Weile lang sparen müssen. Wissen Sie was? Komm. Bam, bam. Immer schön sparen hier. Immer schön Geld sparen. Ich bin einfach so geflasht, weil das einfach fast nichts gebracht hat. Ich bin einfach so geflasht, weil das einfach fast nichts gebracht hat. Oh mein Gott. Sogar. Die sind echt ne andere. Die ganze Aktion hat gerade mal gebracht, dass wir uns ein Level Level dazu leisten könnten. Oh mein Gott. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt noch zehn Minuten, also neun Minuten. Äääh. Um mich noch bis zu hochleveln. hochzuleveln, um dann tatsächlich den Boss jetzt zu versucheln. Dega, warum ist der so viel stärker? Gut, gucken wir mal, was wir noch für Fähigkeiten haben. Das wäre geil, da wäre ein Combo, aber definitiv erstmal nicht. Mal gucken, ja, eher so semi, auch eher so semi. Die Erwinner halt alle nur dich selber. Ich glaube, dann gehst du doch lieber erstmal auf den hier. Na ja, hallo. Ach, Z war's. Bam, bam. So, dann habe ich nochmal das hier ein bisschen aufgewertet, um drei Prozent. Das ist einfach neun Prozent, oder? Nein? Ja, genau, neun Prozent. Jetzt ist diese Funktion nochmal ein bisschen effektiver. Na ja. Ähm. Gut, hier oben haben wir bereits alles. So. Wenn ich den jetzt hier um 100 Level, oder sie um 100 Level levele, dann würde das bedeuten, dass wir viermal um das Faktor 4 steigen. Das heißt also, vier hoch vier, für alle, die es nicht wissen, sind 256. Wir müssten also jetzt hier dann auf locker vier E hoch 10 kommen, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Okay, das funktioniert also wirklich. Das heißt also, ab Level 100 bekommen die einen mächtigen Bonus. Das ist dann doch tatsächlich geiler, als ich dachte. Dann machen wir das auch mal. Versuchen wir mal so weit, wie es sinnvoll ist. Äh. Oh, oh, oh. Ah, hier geht's schon langsam an die Grenze. Aber ich schätze mal, wenn wir das machen, sind wir trotzdem sogar stärker als die unten. Also unser stärkster Fighter hat derzeit eins, also sagen wir mal zwei E15, damit wir so ungefähr einen Rahmen haben. Zwei E5, ne, da kommen wir nicht ran. Schade eigentlich. Dafür sind die Monster zu weit oben, die sind halt vom Grundschaden her viel zu weit low Bob-mäßig. Ähm. Also dass das tatsächlich was effektiv bringt. Schade eigentlich. Okay, mal gucken, wie ich hier unten noch skillen kann. Na ja, hat ein bisschen was gebracht. Wir sind um ungefähr so zwei E14 aufgestiegen. Geht. Geht kann man machen. Ah, das bringen wir definitiv nicht. Geht kann man machen. Ähm. Ähm. Geht. 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 Um halt nun... GehtBUHRomiast. Heute Preise. Geht. Geht. Du solltest. Geht. Geht. Del Minnie-Gymайн. drinking drin. Ich gucke mal ganz kurz was. Ne, ne, das Feature auf jeden Fall nicht. Eigentlich schon ja mal schade. Eigentlich schon echt ja mal schade. Oh, eins der geile Lieder. Oder schönen Lieder. Nennt es wie ihr es wollt. Oh, eins der geile Lieder. Ja, das ist doch der Typ hier. Ja, eben. Dann machen wir das auch ein bisschen auch mal. Ähm, was denn jetzt so? Ne, das doch. Oh, das geht doch so schön. Ey, halt. Doch, da. Ja. 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 Das war gut. bringt nichts na gut, Tarzan äh, sie kriegen wir definitiv nicht so schnell hochgelevelt, dass wir das hier noch freischalten können jetzt äh, okay mindestens die oberen Sachen hier haben wir erstmal komplett freigeschalten, soweit sie sinnvoll ist weil das hier ist nicht sinnvoll das bringt halt 5%, das ist nichts das kriege ich alleine mit einer so eine Fähigkeit, die hier um 20% erwähnt, raus Das heißt, dass wir das hier um, was wir keine Freude haben, damit wir uns auch haben das ist nicht eine Bühne, die wir uns nicht lieben sind das ist nicht so schnell ist, dass wir uns nicht lieben wundern und zu ihm leben, dass wir uns nicht lieben sind wir uns nicht lieben sind, dass wir uns wollen ist, dass wir uns beendet haben Ehhh, gut. Schau mal, wie ist das jetzt? Mal gucken, ob das wird sowas von gar nichts. Das wird sowas von gar nichts. Das ist schon verboten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was tue ich hier eigentlich? Die beiden hier sind nur gut zum Farmen. Die bringen halt anderes technisch nichts. Da bräuchten wir hier die weiter und der hier zum Beispiel. Ne, doch genau das hier. Naja, das geht auch. Aber vor allen Dingen halt das hier. Ne, andersrum. Doch, der hier. Das hier. Der und der. Die beide, die sind halt auch extrem. Wollen mit dem in Kombination, also der verdoppelt halt den nächsten Effekt. Und das hier heißt, man hat den 100% kritischen Klickschaden. Und das sagt dann schon mal richtig. Ich versuche erstmal mit, ähm. Ne, das kriegt absolut gar nichts. Ich krieg mal mit. Ah doch, wir werden es schaffen. Alle. Jetzt nur nicht schlapp machen hier. Weder ich noch meine Maus. Wow. Okay, das war heftig. Du hast noch schön Goldfarm. Mal ein bisschen schneller hier. Ah gut, ich bin natürlich wenig, wenn es für 30 Sekunden 100% mehr Gold für die Gegner gibt's. Wenn ich allein für einen Gegner mehr als 30 Sekunden brauche. Ach, leck mich. Ne, das wird's nicht. Na gut. War ein schöner Versuch. Okay, haben wir doch, haben wir doch zwei, äh, zwei Bosse geschafft. Ich glaub der dritte, der wird dann doch nichts. Schade eigentlich. Aber die Steigerung von den einen Boss vom nächsten war doch wesentlich stärker als ich dachte. Äh, damit hab ich jetzt echt nicht gerechnet, ne? Na gut, dann können wir uns jetzt ein bisschen eher so auf Lowbob-Sachen hier so konzentrieren. Ähm. Trali, trala, tralala. Tch, tralala. Ach, ne? Ich erkenne es von Mehd conn mit. Es ist halt nur alles semi-brauchbar. Das sieht ja geil, aber da kommen wir halt auch so schnell hin. Na gut, wir versuchen erstmal mit Level, äh, ja, bis von 90 zu sparen. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir damit denn das hier holen können. Ne, ähm, das hier. Äh, 20% für alle, wäre nochmal ein schöner Boost. Und dann würde ich mal sagen, dann mache ich auch vor dem Boss, sobald wir dann praktisch am Boss ran sind, sobald wir dann praktisch bei Level 90 sind, ähm, weil den Boss schaffen wir definitiv nicht, äh, werde ich dann da halt die Folge erstmal, ja, beenden. Und dann lieber wieder bis 14 Uhr, ähm, idle lassen. Dann können wir vielleicht bei der Aufnahme denn um 14 Uhr dann wieder zwei Boss erledigen. Mal gucken. Ich hoffe es. Dann bewegen wir uns, be-a-a-la-la. Dann bewegen wir uns nämlich wirklich straight auf Level 100 zu. Dann wird das heute Abend vielleicht doch noch was. Wäre schon echt geil. Ja eben, genau, wenn wir jetzt bis Level 90 sind, dann müssten wir also um 14 Uhr den Boss bei Level 90 und 95 knacken. Ähm, das heißt, wir müssten dann heute Abend um 20 Uhr bloß noch den bei Level 100 knacken und sobald wir ihn geknackt haben, ja, sind wir Level 100 halt. Dann bekommen wir, wenn, wenn alles gut läuft, äh, bei Level 100 sogar schon eine Hero Soul, also hier, Heldenseele. Ähm, und können uns dann hier meinen kleinen Rollerboy hier schnappen, ne? Also hier kommt es, ein paar Mal. Hallo? Achso, ja, hier kommt es, die Papen. Was ist hier gerade los hier, ey, da? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Das ist alles, also sehen wir mich gerade gerade. Ja komm, stopp, 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 mein Klicken klingt so absolut nützlich, ich bin so enttäuscht. Kann ich einfach mal so ein schönes, hopp, bekommen, dass wir hier Datik bekommen, das wäre echt geil, aber 2e18, ich glaube nicht, dass wir das hier noch auf die Schnelle verdienen, da bin ich ja eher ein bisschen skeptisch, ne? Ja komm mal, bam, du betrittst, ja, ich trete deine Tür ein, Arschloch, ich hatte auch immer die Leute, die die Sätze mitten im Satz beenden, ja, es ist, äh, du betrittst. Ja, weiter, was betät ich denn? Ja, los, kämpfe, feuchte, klick, 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 kura, yay, ein Robin, uh, naja, bald haben wir ein Viertel von dem, was wir brauchen. Okay, bei mir habt ihr mittlerweile schon, wie viele Rubine? Ja, 724 Rubine. Ich kann mir dann soweit einen Autoklicker leisten, aber da bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich könnte einfach mal testen, es halber, weil den Speicherstand hier mal bei der 40 Uhr Folge mal gucken, dass wir dann mal kurz ein bisschen Break zwischendurch machen. Und ich dann mal meinen Speicherstand vom Tablet hier auf dem Rechner kopiere, ja, und dann mal gucken, ob ich tatsächlich, äh, vier, äh, Autoklicker kaufen kann. Und weil hier kostet die plus 100, bis zum Glück, dann halt aufwärts. Halt also der erste kostet, also kostet mich insgesamten 100, 450, dann halt 350, äh, 450, dann, ja, 700, halt also genau, wir bekommen, wir bekommen, wir bekommen 700, oder für 700 bekommen wir vier Autoklicker. Weil es halt immer Brautoklicker 50 Gold mehr, hier, bei mir natürlich schon 100, weil die Kostpringgeld ist 10-facher. Erinnert mich grad irgendwie so an, an, an surreelles Leben, ne? Ich meine, wenn, wenn einem hier Zigaretten zu teuer sind, dann fährt man auch einfach ins Ausland, kommst du dich dort und fährt dann zurück, ist ja quasi genau das gleiche hier, ne? Ich nehme praktisch meinen Sprecherstand ins Ausland, also zu meinem Rechner, um dort Autoklicker zu kaufen und dann wieder zurück zu gehen. Also eigentlich ist das tatsächlich sogar fast legitim. Wow. Wow. Das ist so, so tiefgründig. Ich bin, ich weiß nicht. Na komm, du Gottverdachter U1-Noll. Was ist hier von ihm nochmal die Lab? Achso, der hat schon alles. Ja, der, 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 okay. Unser Goldkönig ist bereits mit allem Wasser an zu waschen. Na gut. Eigentlich könnt ihr dem hier oben auch mal ein bisschen was spendieren. Dann haben wir den auch mal abgefrühstückt. Kostet uns ja mittlerweile auch Opfer, also relativ gesehen nichts mehr. So, hier weiter oben haben wir alles, genau. Sehr schön. Also bloß noch hier unten die ganzen Drückeberger. Ich glaube, die sind noch zu teuer. Ah, die sind noch zu teuer. Ja, gut. Sind nicht zu teuer, aber ich will jetzt wirklich ein bisschen sparen, damit wir hier vielleicht bis zum Boss noch ein bisschen was packen. Aber wenn ich schon sehe, wie lange das Ding hier sinkt, kann man vergessen, kann man vergessen. Okay, dann kann ich mir also tatsächlich doch ein bisschen was ausgeben hier. Mal gucken. Den kriegen wir definitiv nicht auf Level 25, also kann ich ihn jetzt mal sein lassen. Bei ihm ist das schon etwas realistischer. Ups. Ähm. Fuck, ich wollte nicht draufklicken. Wow. Okay, ich hab verkackt. Ich hab mein Leben verkackt. Wow. Ich will sterben. Okay, Moment, wenn man seine Maut bewegen möchte, außer den raufklickt einfach. Warum gibst du kein Zurückwarten? Das ist deprimierend. Das ist echt hart deprimierend. Na ja, bei meinem Teppet bin ich mittlerweile Level 215. Nice. Ist schon ganz geil. Komme ich langsam in den 300er Bereich. Um dann die erste Transension zu machen. Wobei, mal gucken. Klick doch mal schnell in Ruhe, nur in Lukas, verdammter. Okay. Mach' ich dich dünner Teller. Du, dünner Teller, du. Na gut, auf jeden Fall mit dem Außersehen raufklicken. Von hier kann ich endlich alles andere jetzt total vergessen. Das war ja super schön, dass ich da raufklickt habe. Also, ich möchte sterben. Dann kann ich jetzt endlich doch hier rumfüllen. Alter, dann würde ich ja nichts mehr. Ich glaube, da stand da gerade du Verlierer. Ich habe deine Oma gefickt. Äh, wow. Achso. Oh, okay, auch wieder für kritischer Tickschar. Ich finde es auch so scheiße, dass man hier halt nur wirklich die sieht, die kurz davor stehen, während man hier bei dem selben Tablet einfach alles sehen kann. Da sollte ich mich vielleicht doch hierbei eher hier so orientieren. Also Ripper zum Beispiel. Bin ich jetzt da. Ach, da oben. Gott, Alter, ich bin hier schon so viel weiter. Die Typen, die bei mir ganz unten stehen, sind bei mir hier schon quasi in der Mitte von der Liste. Okay, Ripper. Erhöht den Schaden von sich selber. Erhöht den Schaden von sich selber. Schaltet das Skill dunkles Ritual frei. Genau, das brauchen wir weiterverfehlen, die wir nicht brauchen. Gucken wir mal bei Bruce Lee. Bei Bruce Lee. Erhöht den eigenen Schaden, erhöht den eigenen Schaden, erhöht den eigenen Schaden, erhöht den eigenen Schaden. Aber auch. Gibt also gar nichts. Ähm, Armenhop. Erhöht den eigenen Schaden, erhöht den Schaden aller Helden um 20%. Genau, das ist das Ding hier. Und das reicht dann nochmal, genau. Die nächste Fähigkeit wäre dann Uplevel... Uplevel steht da. Ich stehe hier nicht mehr, wo ich die Brett habe. Schade. Ne, die nächste Fähigkeit, die hier kommt, ist dann das mit dem Duken Ritual. Also mit dem Aufstieg, dass man praktisch, ähm, ja, Softresetten kann. Ansonsten haben wir halt noch Tarzan und bei dem, der hat 5 Fähigkeiten, okay. Okay, erstes erhöht den Schaden von sich selber. Genau. Dann erhöht den Schaden von sich selber. Dann erhöht den Schaden von sich selber. Dann erhöht den Schaden aller Helden, aber nur um 10%. Wow. Und die 5. Fähigkeit schaltet den Super-Zipper frei. Genau. Wow. Hier steht Super-Zipper, hier steht Super-Clicker. Wow. Ich töte euch alle. Die können nicht mal das gleich übersetzen. Denn die Übersetzungen sind unterschiedlich. Wer macht denn so einen Scheiß? Da haben die wohl verschiedene Versionen von Google Translate benutzt. Aber die rettlichen haben wir eh noch nicht. Die als vorzulesen Brinklitz. Auf jeden Fall habe ich hier bereits, ähm, Jürtenheimer. 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 Jürtünheimer. Was für ein Name? Auf Level 251. Und der kommt die ganze Zeit. Also zwischen Tarzan und Jürtenheimer sind 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 Typen. Und dauert es halt noch ein bisschen, bis wir so weit sind. Vor allem, wenn die Bosse alle so stark sind. Alter, die wird einfach so unglaublich. Alter, wie lang geht denn die auch nochmal schon? Das kommt der 4, 5, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 3, 3, 4, bonnet. größte her definitiv mehr zu halten ja okay dann würde ich mal sagen dann habe ich auch an der stelle erstmal break das bringt ja nichts mehr so langsam wie die sinken gut dann ja speichern wir noch schnell ja also richtung geordner der muss ja sonst hätte ich nicht gefragt gegen überschreiben okay dann ja warst du erstmal für die aufnahme dann ja traurig aber leider haben wir in der doch nur zwei monster also zwei poste geschafft reicht eigentlich tatsächlich aber ich hatte halt gehofft schaffen drei aber auch leider nicht vergönnt von daher würde ich mal sagen in dem sinne dann schau mit v beziehungsweise wir sehen uns gleich dazu die tonne wieder